Eines der Dinge, die ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe, ist die Tatsache, dass so viel unserer Programmierung, so viel unseres Unterbewusstseins in unserem Körper verwurzelt ist. Menschen speichern Traumen, Schockerlebnisse, Krisen, vergangene emotionsgeladene Erlebnisse, sie speichern sie im Körper. Denn jedes Mal, wenn wir uns an das Erlebte erinnern, erzeugen wir die gleiche Chemie im Gehirn und Körper wieder. Der Körper wird also auf die Vergangenheit konditioniert und daher klammert sich der Körper in seinem Widerstand an das Bekannte und an das Vertraute, auch wenn wir unsere Zukunft eigentlich verändern möchten. Wenn dir klar ist, dass du nicht über deine Gefühle hinausdenken kannst, während du abhängig von bestimmten Emotionen bist oder dich gedanklich und emotional immer in denselben Kreisen drehst, sodass du deinen Körper darauf konditionierst, zum Geist dieser Emotionen zu werden, wenn Gefühle also zu einem Mittel des Denkens werden, dann denken die Menschen zum Großteil in der Vergangenheit und der Körper tut sich dann sehr schwer, weil er sich an das Bekannte klammert, da er dem Unbekannten nicht vertraut. Deshalb bleiben manche Menschen lieber in ihrem Schmerz und Leiden, anstatt sich auf das Risiko neuer Möglichkeiten einzulassen. Daran ist nichts falsch. Es geht nur darum, sich dieses Prozesses bewusst zu werden. Wenn Leute also beginnen, diese Arbeit zu praktizieren, ist das Erste, was wir unterrichten, der Zugang zu diesem eleganten, großzügigen, gegenwärtigen Moment. Und wenn du wirklich ganz im gegenwärtigen Moment bist und dabei vollkommen fokussiert bist, dann passiert etwas Erstaunliches. Du vergisst, dass du einen Körper hast. Du vergisst die Leute in deinem Leben. Du vergisst deine Besitztümer, dein Mobiltelefon, deinen Computer, dein Auto, dein Haus. Du vergisst, wo du gerade sitzt, wo du sein solltest und wo du noch hingehen musst. Und du vergisst die Zeit an sich. Deine Aufmerksamkeit liegt einfach nicht mehr auf der Zeit. Und in diesem Moment wirst du zu reinem Bewusstsein. Das ist der elegante, großzügige, gegenwärtige Moment. Und wenn du wirklich ganz im gegenwärtigen Moment bist, ist diese Intelligenz, die in dir und überall um dich herum lebt, jederzeit da. Sie ist immer präsent und aufmerksam. In genau diesem Moment entsteht eine Übereinstimmung zwischen dem subjektiven Bewusstsein, das freien Willen besitzt, und dem objektiven Bewusstsein des Quantenfelds. Du schaust quasi in den Spiegel. Damit wir unseren Körper heilen können, müssen wir über den Körper hinausgehen. Damit wir einen Teil unserer Identität oder Persönlichkeit verändern können, müssen wir uns selbst buchstäblich vergessen. Damit wir ein Problem oder einen Zustand in unserem Leben beheben können, müssen wir unser gegenwärtiges Leben vergessen, genau wie die vorhersehbare Zukunft und die altbekannte Vergangenheit. Dieses Konzept lässt sich im Grunde nur umschreiben. Aber wenn sich Menschen sehr schwer tun, Freude hervorzurufen, während sie so starke Schmerzen haben, und sie versuchen, sich die Freude so lange vorzutäuschen, bis sie echt wird, ist meine Empfehlung schlicht und einfach. Arbeite daran, über dein Ich hinauszugehen. Wir hatten schon so viele Menschen bei unserer Arbeit, die wirklich gekämpft haben, die sich abmühten, analysierten, versuchten, über sich hinauszuwachsen, sich so zu geben, um es zu werden und all das, bis sie endlich begannen, sich an unsere Anleitung zu halten und zum Niemand, zum Nichts, zum Nirgendwo und zu Nirgendwann zu werden. Sobald du zu reinem Bewusstsein wirst, stellt sich die nächste Frage. Kannst du nun als reines Bewusstsein deine Aufmerksamkeit auf das Feld richten? Kannst du dem Feld Aufmerksamkeit schenken? Kannst du dir des Feldes gewahr werden, noch stärker gewahr? Kannst du es erleben und fühlen? Kannst du mit dem verbunden bleiben, Augenblick um Augenblick um Augenblick? Nur weil du etwas nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass es nicht existiert. So wie sich dein Bewusstsein, also des Bewusstseins des Quantenfeldes bewusst wird und du weniger Trennung verspürst, denk daran, Trennung gehört zu unserer dreidimensionalen Realität. Meine Sinne täuschen mir vor, dass du da drüben bist und ich hier sitze und wir durch Raum und Zeit getrennt sind. Dreidimensionale Realität. Aber sobald du beginnst, reines Bewusstsein zu werden, erlebst du nach und nach weniger Trennung. So wie du deine Aufmerksamkeit auf dieses Feld lenkst und bewusst in diesem endlosen Raum verweilst und dich darauf einstimmst und anfängst, dir der Einheit und Ganzheit immer deutlicher bewusst zu werden, die Signatur dieses vereinheitlichen Fels, die Energie, die alles Materielle gestaltet und ordnet, ist intelligente Liebe. Es ist äußerst geordnete Energie, die wir nur als Liebe beschreiben können. Aber keine chemische Liebe, die du für deinen Hund, deine Kinder oder deinen Partner fühlst, sondern etwas Elektrisches. Es ist dermaßen, es ist das vertrauteste und doch unbekannte Gefühl, das du je haben wirst. Es belebt uns, es ist die Lebenskraft, es ist der Leim, der alles zusammenhält. In dem Moment, wo du ihm Aufmerksamkeit schenkst und dich mit ihm verbindest, richtest du auch deine Energie dorthin, denn Energie folgt der Aufmerksamkeit. Du investierst also deine Energie und Aufmerksamkeit in dieses Feld und beginnst nun immer mehr Einheit und Ganzheit zu fühlen und mehr Liebe. Und jetzt brauchst du nichts mehr mühsam zu versuchen, denn die Energie dieser Zentren fließt direkt ins Herz. Das haben wir schon tausende Mal in den Messungen gesehen. Dieser Mensch wird nun vom Göttlichen getauft. Und all die Anstrengungen, all die Bemühungen und all das Analysieren, all die schlechten Meditationen, all die guten Meditationen, all die Momente des Aufgebens und des Jammers waren es wert. Denn in dem Moment, wo dich das trifft, ist es das schönste und beste Gefühl, das du je erleben kannst. Ich fordere die Leute also nicht dazu auf, sich ein Gefühl vorzuspielen, um so zu tun, als ob sie bereits darin angekommen wären. Ich fordere sie auf, ihre Leidenschaft zu entfachen. Wenn sie sich dann im Feld befinden und nicht mehr von ihrem Körper behindert werden, dann können sie über ihre Gefühle hinausdenken. Sie sind nicht mehr mit dem Materiellen verbunden, sondern mit diesem Feld. Wenn ich am Kreieren bin, dann denke ich immer daran, wenn ich etwas tun möchte, das über alle Grenzen hinausgeht, dann muss ich mich auch grenzenlos fühlen. Wenn ich etwas Großartiges kreieren will, muss ich großartig werden. Wir müssen uns also zu diesem Zustand hinarbeiten. Das löst dann Aufregung aus, Begeisterung und eine Veränderung der Energie. Und wenn du deine Energie veränderst, veränderst du dein Leben. Niemand kann sich verändern, ohne zuerst seine Energie zu verändern. Die fundamentale Frage lautet also, was zündet deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Was bewegt dich? Das ist ein mechanischer Prozess. Wir sind intuitiv dafür veranlagt, schöpferisch zu wirken. Wenn du und ich zum Beispiel sagen, lass uns eine neue App erstellen oder ein Programm für unsere deutsche Community und wir uns zusammensetzen, es durchsprechen und lauter großartige Ideen bekommen, dann verändert sich unsere Energie und wir werden ganz begeistert. Und das ist die Energie, mit der wir etwas Neues erschaffen können. Das heißt, je stärker die Emotionen sind, die wir fühlen, was gewisse Probleme oder Umstände in unserem Leben anbelangt, desto mehr fokussieren wir uns auf die Ursache. Das kann dein Ex sein, dein Chef, dein Arbeitskollege oder dein Schmerz. Im Grunde gibst du, wenn du dich auf diese Dinge fokussierst, deine Macht an diesen Menschen oder diese Sache ab. So wie du beginnst, diese Emotionen zu überwinden, während du im Prozess der Verbindung bist, so wie du diese Emotionen also überwindest, wirst du deine Aufmerksamkeit wieder von diesen Leuten und Problemen abziehen. Und du wirst das energetische Band durchtrennen, das dich mit allem aus dieser früheren und bisherigen Realität verbindet. Und jetzt ziehst du Energie zu dir und diese Energie steht dir zur Verfügung, um dir eine neue Zukunft aufzubauen. Bei so vielen Menschen ist ein großer Teil ihrer kreativen Energie im Schmerz gebunden. Sobald sie ihre Aufmerksamkeit immer mehr von den Schmerzen abziehen, nähert sich ihr Körper dem gegenwärtigen Moment täglich immer weiter an. Sei also nicht ungeduldig. Jeden Tag geht es um die Meisterschaft des Selbst. Wenn du dein Ich jeden Tag auch nur ein kleines Stück weit überwinden kannst, wirst du ein anderes Gefühl verspüren, das dein Herz erwärmt. Das ist es, wo ich die Leute hinbringen möchte. Und diese Veränderungen summieren sich mit der Zeit. Ja, Meditation kann auch schwierig sein. Das erlebe ich selbst immer wieder. Bist du aber bereit, in der Gegenwart dieses Feuers zu sitzen und bereit, dich ihm zu stellen und dich immer wieder in den gegenwärtigen Moment zu holen. Dann ist jedes Mal, wo du dich dabei ertappst, wie du an eine andere Person oder Sache denkst und du dir dessen bewusst wirst und dich zum gegenwärtigen Moment zurückholst und dich wieder den Möglichkeiten öffnest, dann ist das ein Sieg. Das ist es, was in uns ein Gefühl dafür auslöst, dass wir es wert sind. Es bringt uns Selbstachtung und Achtung für unsere Mitmenschen. Wir beginnen uns selbst zu würdigen und uns selbst mehr zu lieben, weil wir durch eine Feuerprobe gehen. Wir sind im Feuer, aber wir arbeiten damit und unser Körper beginnt, sich nach und nach zu verändern. Wenn du nun ein immer größeres Maß an Einheit und Ganzheit erfährst und dich mit diesem Feld verbindest, dann pass gut auf. Denn sobald du mit dem Feld verbunden bist und all die latenten Systeme in dir plötzlich aufwachen, dann bekommt dein Körper ein biologisches Upgrade, weil du mit der Signatur der Ganzheit und Einheit verbunden bist. Die Frequenz deines Körpers wird sich also erhöhen und so viele Leute sagen nach ihrer Meditation, ich hatte einen OP-Termin diese Woche, aber nun habe ich keine Schmerzen mehr. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich bin einfach über mein Ich hinausgegangen. Und wenn du beginnst, deine Gehirnströme zu verlangsamen, von Beta zu Alpha und dann zu Theta, verbindest du dich mit deinem autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem hat nur ein Ziel, eine Aufgabe, und das ist Gleichgewicht, Einheit und Ganzheit herzustellen. Und in dem Moment, in dem du dein Ich überwindest und nicht mehr deine Identität bist, dein Schmerz oder deine Vergangenheit, dein Geschlecht oder deine Ernährung, sondern bloß noch ein Gewahrsein und diese Intelligenz wahrnimmst, dass du dir nicht mehr selbst im Weg stehst, wird sie direkt in deinen Körper strömen. Wir haben das schon bei so vielen Gehirnscans gesehen. Das autonome Nervensystem wird sich voll aktivieren. Und du wirst daraufhin einen komplett neuen Bewusstseinsstrom erleben. Und dein Körper wird ein biologisches Upgrade erhalten. Aus dem Feld, dessen Signatur Ganzheit ist. Krankheit ist Trennung, Schmerz ist Trennung. Auf einmal beginnt das Feld auf zellulärer Ebene zu interagieren und die Leute fühlen sich plötzlich anders. Um das aber zu erreichen, gilt es, dich jeden Tag mit diesem Feld zu verbinden und dich dann zu fragen, wofür du dich leidenschaftlich begeistern kannst. Sobald du deine Begeisterung wachgerufen hast, verlieb dich einfach in die Vorstellung davon, dass du geheilt sein könntest. Und dann entspann dich, überlass dich dem Feld und erlaube einer höheren Intelligenz, das für dich zu bewirken. Geh einfach aus dem Weg und interagiere kontinuierlich jeden Tag mit dem Feld. Verbinde dich weiterhin mit ihm und trainiere das jeden Tag. Früher oder später wirst du sagen, was alle sagen. Es war die Mühe sowas von wert.